Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Magna Carta 2. Ja, da Juto so ein kleines, ich brenne mir, äh, die Seele aus dem Läub oder so Problem hat, hab ich mir überlegt, ähm, wir wechseln jetzt einfach mal auf unsere anderen Charaktere und wemsen einfach mal locker, flog ich drauf los. Ah, und ich seh grad, ich hab Celestine noch nicht geändert. Dabei wollte ich ihr jetzt eigentlich, äh, den anderen Stil anlegen, damit wir tatsächlich mal eine Superattacke versuchen können. Ja, weil die beiden haben ja zusammen irgendwie so eine Superattacke und nachdem wir hier abgehauen sind, hab ich auch das Gefühl, dass wir uns endlich darum kümmern können, dass wir rundum, ähm, die Nebenquests erledigen können. Ah, guck, du lieb mal her, ich brauch sie so süß. Ja, du warst sehr useful, das hast du großartig gemacht. So, bam, sehr gut. Eigentlich könnten wir Rue auch mitnehmen, aber es ist Rue, die will ich nicht. Rue, ich krieg das nie auf die Kette. Rue, ich krieg das nie auf die Kette. Rue, ich krieg das nicht auf die Kette. Rue, ich krieg das nicht auf die Kette. Rue, ich krieg das nicht auf die Kette. Aber wenn ich jetzt einmal ganz kurz so, und dann, äh, Ausrüstung vielleicht? Ja, gut, wir können Celestine, ähm, den Bogen anlegen. Das ist schön. Dann wollen wir hier den mal... Den können wir hier grad nicht. Äh, wir werden nie geheilt, das ist doch schon mal sehr nett. Zwei, drei, vier, fünf. Und den Bärsäcker, bitte. So. Ach, nein. Das gibt's jetzt nicht. Doch, so. Und jetzt müssen wir doch mit ihr den Overdrive gehen, und dann nach rechts drücken. Hm. Ne, das war's anscheinend nicht. Ich hab vergesst, wie das ging, das ist das Problem. Gut, dann versuchen wir das jetzt nochmal. So, als Pfeil. So, als Argo, bitte. Na, das Ding ist, jetzt hat der leider nur keinen... Ja, 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 du und deine Lovepower. Äh, wie geht's, Juto? Ja, der brennt weiter fröhlich vor sich hin. So, dann komm du mal her. Du bist noch im Overheat. Das ist jetzt nicht ein bisschen blöde. Eins, zwei, drei, vier. Und bitte einmal den Bärsäckerheap. Und Bam und tot. So, dann wollen wir mal ganz kurz so. Komm, geh in den Overdrive. Ja, brav. Ähm. Wieder Auferstehung? Nö, das wollten wir eigentlich nicht. Göttliche Platine wollten wir eigentlich auch nicht. Heilender Wind. Festgelegte Menge LP wiederherstellen. Ja, sehr schön. Sehr gut. Dann wollen wir jetzt, äh, können wir hier runter? Nö. Wo geht's denn hier runter? Da hinten ruf? Ne, hier vorne ist der Treppe. Ach, wunder, herrloch prächtig. Aber ich will auch keine Kisten vergessen. Deshalb gucken wir hier nochmal. Mal kurz auf die Karte. Wo sind wir? Oh Gott, wir müssen bis nach. Da unten. Alter Schwede, ja. Da haben wir einiges zu tun. So, zwei, drei, vier, fünf. Und hau ihn mal ein. Sehr gut. Los, einmal bitte hinterher. Los, hinterher. Eins, zwei, drei, fünf. Und ihm der Zwecke kommt schon. Boah, Volltreffer. So. Höh, das ist natürlich hier schlecht. Komm, Argo, Argo, Argo. Und jetzt bitte einmal den Panzerbrecher. Ich krieg das noch hin? Und jetzt... Das war doch, wenn sie den Bogen ausgerüstet hat, oder nicht? Oh, ich hab keine Ahnung. Ich muss ja bei uns gleich mal ein Tutorial ansehen. Sie und ihre Lovepower, das ist so süß. Zefi ist echt am Zauber wie Weltmeister, ne? So, sammeln wir das mal ein. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Was zaubert sie denn die ganze Zeit da? Müssen wir hier runter? Bekommen wir Unterstützung? Kann ja eigentlich nicht sein, ne? Ich weiß jetzt nicht, woher das kommt. Ähm... Ich bin dafür, dass wir hierher gehen. Also... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und Berserker, hier bitte. Ja, show me the power of everything. So. Ja, 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 ja. Ach komm. Irgendwie... müssen wir da noch ordentlich das Ding legen. Oh, da haben wir jetzt zwei Level-Ups. Und Ben. Sehr schön. Ja, 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 das habe ich mittlerweile auch verstanden. So. Ähm... Umgeben wir dann hier unsere Probleme, wenn wir hier runtergehen? Ja, ich weiß nicht. Jetzt sind wir oben lang. Zu einer Kiste. Ich habe doch immer den richtigen Riecher. Das ist so schön. So. Schatzkiste. Anhänger des Talents. Ähm... Ausrüstung. Mal einfach mal gucken, was denn der Anhänger des Talents so macht. Anhänger des Talents. SP plus 50%. Wow. Das ist natürlich... Eine Menge. Ähm... Ich sehe gerade das ja unglaublich. Oh, wegen der Kraft. 15 Angriff. Hm. Aber er ist wirklich sehr langsam. Da ist das gar nicht mal so dumm. Ach, wen wollen wir denn unglaublich skillen? Ähm... Naja, Safi hat das schon. Celestine. Ich weiß nicht. Wer braucht denn unbedingt ganz viel? SP. Aber hier bräuchte sie 70. Hm. Ich hätte ja gern das hier unten. Aber warte, ich könnte ja mal ganz kurz was gucken. Ah, Jutu Burnt gar nicht mehr, sehe ich gerade. Ähm... Vielleicht unter Informationen und dann unter Tutorial-Auswahl. Und dann gibt's da auch, ähm... Anführerwechsel, Shane, Skills, Waffenart. Das ist alles nicht, äh... Wie man das macht. Das ist natürlich so gut. Ähm... Kampf. Hm. Hm. Das ist schlecht. Es steht nirgends wo mehr da, wie man diese Super-Attacken macht. Da muss ich echt nochmal in einem Video nachgucken. Ah, was war's? Dann reisen wir weiter mit Aragorn. Schillichtin. Und zwar... Oh, komm, hol mal weg da. Oh, die Kameraführung ist manchmal echt nicht mehr feierlich. Stampf-Axt. Hm. Stampf-Axt. Greift ein Feind mit einem Axttip an. Hm. Werden wir das mal nehmen. Komm, mach du mal. So, dann wollen wir mal den Heiler erst flat machen. So, was ist denn ihre Dings? Was macht das Schild? Ich hab keine Ahnung. Aber wir wollten einen anderen anreizen. Und dann den Pfeil machen. Sehr gut. Das war wohl nichts. Aber wir wollen mal eben, dass Sephi uns heilt. Vergiftung, Schlaf und Schock. Währung, Lähmung, Schwindel. Das. Ja, das hast du schön gemacht. Wieso ich stolz auf dich, Mädchen? Gut, dann war ich. Auf dich hier. Stimmt. Irgendwas haben wir da erzählt, dass diese Barrikade so ist wie das Yamator oder so. Auch mit Bomben und Pfeilen und all das. Ich muss mal verstehen, dass ich mal einer. Was die genau von einem wollen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und bitte einmal die Stamzaxt. Sehr gut. Also es passiert nichts, wenn ich noch da drüben. Kommst du da weg, Argo? Nein, kommt er nicht. Ah, dann kommt man ja Argo. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und bitte einmal ganz kurz. Zwei. Und du noch. Oh, wie viel Erfahrung. Wir kriegen das super nö. Und bitte einmal Stampfakt. Sehr gut. Dann einmal Celestine, bitte. Das war nicht schlecht. Und da hat sie auch. Alter, was wir hier für Level machen. Gut, ähm. Müssen wir jetzt das Tor attackieren? Ja, brauchen wir. Aua, ma. Und dann einmal die Stamzaxt, bitte. So, jetzt bist du dran. Vier, fünf. Und dann bitte den Frostfall. Und Bäm. Sie ist so stark. Das ist der Wahnsinn. Sind wir hier vorgedrungen? Ach, nö. Der ganze Weg ist das. Alter Falter. Wie geht's eigentlich, Ette? Gut, würde ich sagen. Ja. Ähm. Wen geben wir mehr SP? Ich hab das immer noch nicht geklärt. Ich bin ja immer noch dafür, obwohl sie hat das hier schon. 50% mehr. Dann würde ich echt sagen, Juto. Aber was nehmen wir ihm weg? Das? Gut, dann brauchen wir mal. Zwei, drei, vier, fünf. Sehr gut. Autsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und bitte einmal den Stamper. Das ist echt stark. Und jetzt gibt's ihm. Braves Mädchen. Ja. Bist du großartig gemacht. Sehr gut. So. Dann machen wir jetzt der nächste Barrikade fertig. Ach. Das war nicht gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und bitte nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die Stampfachse, bitte. Ach, du Kacke. Guckt euch das an, was da alles rumsteht. Boah. Sind das Massen. Äh, dann werde ich jetzt noch einen Moment warten, bis das abgelaufen ist. Das ist echt viel. Schockhieb. Stimmt, da fällt mir ein. Sie hat, äh, also, Sephi hat irgendwie Kann-Reduktionen drin, deshalb kosten diese ganzen Heiler-Dinger noch einen. Gut. Dann machen wir mal ab. So, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und bitte einmal die Stampf-Arten. So, und jetzt Celestine. Zwei, fünf. Und... Frosty. Wo ist denn der Heiler? Bitte einmal. Ah, den komm ich gar nicht dran. So weit vorne ist der. So, ich mach mal hier den Dings wieder. So. Zwei, vier, fünf. Ach, Mist. Ich bin gar nicht so hart, siehe. Das tut dir doch gar nichts. So. Zwei, vier, fünf. Und bitte einmal... Zwei, drei, vier, fünf. Und bitte einmal Stampf-Arten. Sehr gut. Und da hat er auch. So, bitte jetzt erst einmal den Heiler, weil er mir tiefer auf die Eier geht. Ich bin bitte in der Nähe. Ich will ermühe dich die anderen auch noch triggern, das wäre irgendwie nicht so geil. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Stimmt, sie braucht ja vier Kann dafür, ne? Und er auch. Damit das funktioniert. So. Das hätte jetzt zumindestens AOE sein können. Ja, wie süß. Auf, wie süß. Da möchte ich hin. So. Oh, ist das süß gewesen. Ja, erst du bitte. Nee, das war echt süß. Aber das ist der Hammer. Also ich meine, wie stark das bitte ist. Das sind ja quasi die Achter-Attacken von beiden gemeinsam. Also das habt ihr auch gesehen, wie die Achter-Attacken von Celestine aussieht. Oh, ich würde natürlich auch sagen, wie es nicht so ärgert. Oh, tschüss. Ja, wehle nur mal ein bisschen rum. So, bitte einmal. Ähm. Na ja, es ist jetzt schlecht. So. Sehr schön. So, das Geld bitte auch. Wir sind so reich in diesem Spiel. Ich weiß gar nicht mal, wohin mit dem Geld. Ob ich ehrlich bin. So. Dann ihr bitte. Aber bitte erst auf die Reiler. Ich hab keinen Bock mehr auf irgendwas anders. Ja, ist ja gut jetzt. Reiler, komm her. 2, 3, 4, 5. So, jetzt frage ich mich aber, warum das jetzt nicht geklappt hat. Weil sie viel Dinger hatte. So, bitte einmal. Komm bitte. Sehr gut. 2, 3, 4, 5. Und die Stumpfax bitte. Sehr gut. Ähm. Keine Ahnung, warum das jetzt geklappt hat und gerade nicht. So. Und wir machen den Magier hier. So. 2, 3, 4, 5. Und bitte. Wer? So. 1, 2, 3, 4, 5. Und Stampfax. Dann ist er weg. 1, 2, 3, 4, 5. Na, fast. So viel könntest du einmal heilen. Das wäre total toll. Sehr gut. Ähm. Wo ist denn das Geld jetzt hin, was die Gart lag? Hm. Wenn nicht, dann kein Geld. Warum auch. So. Haben wir den Abschnitt jetzt auch hinter uns gebracht? Hoffe ich. Ja. Haben wir. Ich bin schon erstaunt, dass wir so einfach aus der Stadt rauskommen. Also das ist jetzt ja jetzt wirklich nicht schwer, ne? Jetzt müssen wir ja nur uns hier halten. Oh, Katzi.